Was geht ab meine Freunde? Was geht ab? Und wir kommen bei einem weiteren Video der Frage. Im heutigen Video ihr konntet es bereits den Titel und dem Thumbnail nehmen. Es geht natürlich um eine weitere Folge von Blacklist. Und zwar geht es um Folge 13. Und ich muss sagen, es war eine teils spannende Folge und teils etwas ruhigere Folge. Die ganze Thematik rund um Waymit wurde sehr, sehr gut fortgeführt und man hat ein bisschen mehr in Szene gesetzt, welche Rolle Messner eigentlich für ihn gespielt hat. Und sie scheint wohl nicht nur irgendwie so eine spirituelle Beraterin zu sein, wie es erstmal den Eindruck erweckt hat. Sie ist wohl weitaus mehr und scheint auch wohl viel, viel tiefer in seine Psyche eingedrungen zu sein. Weil aufgrund dessen, dass ihre Schwester ja noch da ist, hat Waymit natürlich gefragt, gibt es eine Möglichkeit, dass sie wiederkommt? Und sie hat natürlich daraufhin entgegnet, ja, diese Möglichkeit gibt es, wenn es diesen Waymit wiedergeben würde, den sie damals auf dem Berg kennengelernt hat. Dementsprechend geht man natürlich davon aus, dass dieser Waymit zurückkommen könnte. Er hat diese Frage relativ unbeantwortet gelassen. Finde ich etwas schade, aber kann ich irgendwie auch verstehen. Weil ich glaube, sein alter Charakter wird noch irgendwo eine Rolle spielen. Dennoch, sein Ziel ist natürlich klar, er hat seinen gesamten Fokus inzwischen wieder auf die Suche nach Alice Mörder gerichtet. Davor war er wohl temporär auch glücklich, auch mit dem, was er zu sein scheint oder zumindest damals vorgegeben hat zu sein oder vielleicht sogar wirklich war. Wer weiß, vielleicht entspricht das wirklich Waymins Persönlichkeit, wenn dieses ganze Liss-Thema, dieses ganze Taskforce, Blacklist-Thema von ihm so ein bisschen abgewichen ist. Natürlich wurde auch wieder der gute Cooper thematisiert. Was an dieser Stelle auf jeden Fall nicht schlecht war, war ganz interessant. Man hat es eher nur so beiläufig getan. Auf jeden Fall wurde sein vermeintlicher Mord wieder so ein bisschen in Szene gesetzt. Man hat natürlich auch wieder Leute ausgefragt und ist eben natürlich ein bisschen nachgegangen. Das hat sich auch schon bis dato wie ein roter Faden durchgezogen. Um die Waymins Katharina Thematik ist es etwas ruhiger geworden. Agnes wurde auch nicht wieder gezeigt. Man hat auch ein bisschen eher eine ruhige Thematik im Sinne von einem Fall ausprobiert. Fand ich gar nicht so schlecht, weil es halt eher so eine beiläufige Folge war. Es gibt natürlich auch immer so eine Art von Füllerfolgen oder Zwischenfolgen. Diesmal ging es um einen vermeintlichen Prostitutionsring, der seine Kunden tötet. Also Prostituierte, die erst mit den Kunden schlafen und sie dann töten. Das entspricht aber nicht dem regulären Blacklist-Schema. Deswegen muss man natürlich noch eine Schiffe draufsetzen. Und es war nicht einfach Prostituierte, es waren Roboter-Prostituierte. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich muss sagen, das war etwas over the top. Also bei allem guten Geschmack. Ich weiß, Blacklist schießt manchmal über das Ziel hinaus. Aber sie bleiben immer noch in einem realistischen Rahmen und bieten immer so eine erklärbare Grundbasis, wo man wirklich sich irgendwie daran orientieren kann und merkt, okay, daran, da baut es auf. Auch wenn es im Sinne von Cyberkriminalität stattfindet, finde ich das immer noch sehr interessant, weil es immer noch irgendwo legitim ist. Auch diese Hardcore-Siber-Verbrechen im Sinne von ganzes Kraftwerk zu hacken oder irgendwelche Waffen-Codes zu stehlen, finde ich noch irgendwo passt zu dem Blacklist-Schema. Diesmal hat man es aber etwas übertrieben, muss ich sagen. Es war jetzt nicht genau das, was ich erwartet habe tatsächlich. Und alles in allem war es auch zu viel. Wir sind zwar heutzutage auf einem sehr fortgeschrittenen Stand der Technik, dennoch denke ich nicht, dass man in der Lage ist, Roboter so zu illustrieren, dass man sie perfektioniert gestaltet und sie absolut einem Menschen entsprechen. Dennoch hat man das hier wohl getan und eben diese Cyber-Prostituierten, wie ich sie mal nennen mag, haben dann eben mit ihren Machern geschlafen, die sie halt dann wohl ausgenutzt haben, um sie eben als Sexroboter zu verkaufen, was natürlich nicht der ursprüngliche Zweck war. Es sollte natürlich wahrscheinlich eher ein Sinne von Forschung stattfinden. Und da gab es einen Aktivisten, der sich wohl für die Roboterrechte eingesetzt hat, wie blöd es auch immer klingt. Und genau diese Person hat dann eben eine von diesen sechs Robotern, von diesen Cyber-Prostituierten genommen, um halt dann eben gegen die Leute vorzugehen, die sie halt fälschlicherweise ausgenutzt haben und sie als Objekt behandelt haben. War jetzt nicht so unbedingt meine Folge, muss ich sagen. War jetzt eher eine schlechtere Folge, weil diese Thematik rund um diese Prostituierten eben fand ich etwas strange und das Ende war jetzt auch nicht irgendwie befriedigend. Wortwitz erwünscht. Nämlich hat sich eben der besagte Aktivist mit der Prostituierten zusammen umgebracht. Er ist nämlich mit seinem Wagen, als er erwischt wurde, einfach in den See gefahren und das war wohl sein Ende, weil er natürlich nicht ohne sie leben konnte und laut ihm konnte sie wohl auch nicht ohne ihn leben. Wahrscheinlich hatte er die notwendigen Batterien oder die entsprechende Fernbedienung. Spaß beiseite, die Thematik um Wayment war etwas interessanter, muss ich sagen, hat mir besser gefallen. Es kam nämlich eine alte Freundin wieder zum Vorschein, die wohl damals schon mit ihm unterwegs war und auf einer Diebstahl-Tour zu sein scheint und er hat natürlich mit ihrer Hilfe dann ein Kollege gestohlen, was er ihr auch am Ende übergeben hat, so ein bisschen alte Zeiten wieder aufleben lassen und gegen Ende wurde auch nochmal die Wichtigkeit von Messner eben thematisiert, dass sie wohl wirklich für ihn da gewesen ist und ihm wirklich in jeder Hinsicht aus der Patsche geholfen hat, bei seinem größten Daumen-Moment sozusagen, fand ich sehr cool und sehr gelungen und da kam natürlich auch wieder die Frage auf, ob er sie denn wirklich auch so wertzuschätzen weiß, um es anders zu formulieren. Im Prinzip ja und im Prinzip würde sie auch zurückgewinnen wollen, aber ich glaube, er wird erstmal seine Aufgabe erfüllen, ganz klar, weil er es dann auch wieder thematisiert. Ich bin natürlich gespannt, wie es weitergeht, ich hoffe, dass ihr deutlich gefallen. Wie gesagt, ich fand die Folge jetzt nicht so spektakulär, ich fand sie eher unspannend, mittelspannend und die Thematik rund um den vermeintlichen Blacklist, da fand ich eher langweilig. Aber gut, gibt es natürlich auch mal. Ich freue mich natürlich wieder auf die nächste Folge, hatte ich weiterhin auf den Laufenden, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird. Bis zum nächsten Mal.